hallo freunde der virtuellen landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der kalmsten ja beim letzten mal haben wir ja eine sämaschine gekauft und da wollen wir jetzt das gras einziehen in den zwei feldern die ich schon gepflügt habe und ein fass muss ich mir auch noch kaufen weil ich muss ja auch wieder dann irgendwann ach gott und der bga dieses flüssige zeug fällt jetzt das wort nicht ein ist auch egal schauen wir einfach mal nach dem intro was wir machen als allererstes mache ich mich natürlich wieder klein und verschwinde an die seite und dann schicken wir mal zwei traktoren los und zwar einmal dich ab zum händler mit dir fahrzeughändler und dann schicke mal den noch los dass ihr euch nicht im weg steht schicke ich dich mal zum allesverkauf ich auch beim händler so wir sehen uns dann beim händler wieder und da kommt das wurmloch hui so da sind wir am händler angekommen und ich denke wenn ich schon da bin werde ich mal den traktor hier in die wegstatt fahren mal reparieren lassen der hat es glaube ich nötig äh reparieren dann hängen wir mal die sehmaschine an hier so und dann geben wir da erstmal gras ein nicht dass ich da was falsch mache das ist gras und dann kriegt jetzt auch einen kurs mit wann mit was fange ich denn an mit welchem Feld ich würde sagen ich fange mit 31 an und gehe dann auf hier da brauchen wir natürlich einen kurs den haben wir noch nicht deswegen machen wir den jetzt so wir starten hier wir haben 6 Meter Arbeitsbreite ein Fahrzeug auf dem Kurs ein Vorgewende weich 3 überspringen 0 jawohl das ist schön Feldgrenze mache ich 0,2 dann generiere mal hat er erledigt dann kann ich mal den kurs speichern äh 6 Meter so Feld 31 kurs speichern f strich 31 äh sehen mit 6 metrischen mit hat das so dann müssen wir dich hier auch noch einstellen und zwar arbeiten wir auf Feld 31 laden sollst du im Hof und zwar im äh Feldbearbeitung Silo Belado genau äh und zwar ich glaube zuerst kommt Düngemittel oder hier auch das weiß ich gar nicht ja ich glaube vorne ist Düngemittel und hinten ist das Saatgut das heißt Saatgut bis man dann ich hoffe das klappt wenn du am Feld ankommst geht's los und hab ich da überhaupt noch Saatgut drin Saatgut hab ich aber kein Düngemittel oh ich glaube wir sollten den ersten Monat schlafen ja ich glaube wir sollten den ersten Monat schlafen aber vorher muss ich mir das Fass kaufen damit der arbeiten kann äh hier und zwar brauche ich Anhänger äh wo ich mein allerliebstes Fass hier 30.000 Liter gehen da rein so Füllarten alles Leuchtfeuer komm wir machen das erste wo kommt Füllarten alle äh nur vorne hinten und vorne will ich es haben Füllstandanzeige will ich haben die Farbe schwarz fände ich so trist was haben wir denn noch irgendwas schönes so ein hellblau aber wenn dann wenn dann was wo chromig ist da sind wir eher türkis würde ich mal sagen jetzt kommen wir ins blau so ein helles blau hätte ich gerne ja das sieht auch viel besser aus ja und dann kaufen wir den so knapp 30.000 können wir uns noch leisten so dann brauche ich jetzt den anderen Traktor der hier vorne steht wohl glaube ich tauscht die aus weil der hat mehr PS ja komm jetzt habe ich jetzt habe ich den Kurs eingegeben jetzt lass den mal so der wird schon zurecht kommen der wird schon zurecht kommen so deine Aufgabe wird sein äh wie viel ist denn der BGA jetzt drin BGA 3000 das lohnt sich nicht da muss ich schlafen vorher das hilft alles nix da sind nur 5000 Liter komm ich nicht weit ne musst du auch warten das hilft nix halt schlafen wo ist mein Bett da ist mein Bett so dann machen wir erst mal ein Nickerchen ach da ist Hundi komm dann hab ich auch gleich was zu fressen wenn ich schon da bist äh so bitteschön lass dir schmecken Brauner und wir gehen jetzt ins Bettchen so ja jetzt speikerst du wieder schön brav mal gucken wir mal wie viel Gärreste die wir mittlerweile haben in der BGA 20.000 äh immerhin besser wie nix so dann fahr ich jetzt mit dir einmal Hof und zwar ne scheinlich in der Hof ähm Hof Quatsch es ist hier Biogasanlage Beladung Gärreste die bringen wir dann zum Hof und zwar zur Düngerproduktion oder? genau Düngerproduktion und das ist dann Gärreste das ganze machen wir einmal wir machen es jetzt und abfahren so jetzt brauche ich dich wir müssen nämlich jetzt striegeln einmal hier rum oh, da muss ich abbiegen, ui, 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 keiner verpasst da sieht man die Straße bei lauter Bäumen nicht unser Mais fällt davon, Feldnummer äh, was ist denn das Feld? die 2, genau da muss ich jetzt schriegeln ich hole mal schnell den Schriegel hier so, jetzt brauchst du natürlich auch einen Kurs der Kurs kann weg schwupps Feldnummer 2, hab ich noch doch, da hab ich striegeln striegeln, Kursladen schwupps dann machen wir mal ein Häkchen rein obwohl ich es nicht brauche weil wir sind ja eh schon da mach hier erst den Wegpunkt und fertig und lass den von hier aus hinfahren, wo er hin muss und dann kriegen wir hier auch das Unkraut runter was wir da sehen das wird sich nicht gut auf unsere Werte auswirken weil das wird glaub ich nicht erkannt von Rysishing Farming können wir mal gucken Rysishing Farming ja der dritte Pfeil ist das Spritzen Unkrautbekämpfung obwohl wir jetzt Unkraut bekämpfen dann merkt er das nicht weil er möchte die Spritze haben aber die kann ich mir jetzt noch nicht obwohl, ja, so langsam können wir uns die leisten wir haben nur noch keine, noch kein Spritzmittel da muss ich noch eine Produktion aufbauen können wir ja auch gleich machen wir haben ja jetzt grad Geld das heißt wir gehen wieder hier äh dann bin ich hier daheim da sollte aber wieder ein Fahrzeug sein damit ich die Dinger sehe deswegen hüpfen wir da rein und laden jetzt mal die Gehreste das waren ja ein bisschen über 20.000 Liter mehr war es ja nicht ja so, wir fahren weiter komm auf zur Dünnermittelfabrik da ist ja die Saatgutfabrik genau und da ist die Dünnermittelfabrik und jetzt wird auch schon abgeladen wunderbar so ist mir mal die Lienchen an ich glaube ich stell die nächste grad dahinter so 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 jetzt gucken wir mal wo wir die haben da nicht so Produktionen dann gucken wir mal ich brauche was brauche ich was habe ich gesagt äh Fermenter Fermenter Bonus Düngemittel die brauchen wir nicht aus Gärreste hier haben wir noch Düngemittel aus Mist hier haben wir noch Düngemittel aus Gülle Flüssigdinger Produktion die brauche ich ja mal gar nicht Kartoffelerarbeitung Habizit da ist doch das brauche ich äh ich brauche Salz das ist aber doof wenn ich jetzt wüsste was das ist das hier das Zeichen produziert aus Kalk Salz Diesel und Wasser wo kriege ich Salz her? also Müll die kann ich nicht gebrauchen dann baue ich die auf ich kann es nicht ändern dann äh machen wir so die baue ich dann hier hin dann hoffe ich mal dass ich die richtige gekauft habe ähm Produktionen die macht keins ich fasse es nicht Mineraldünger Saatgut Mineralfutter die kann ich gleich wieder abreißen Habe ich jetzt Scheiße gebaut Habe ich jetzt Scheiße gebaut Geld in den Sand gesetzt oh 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 ich habe jetzt ein Problem ich glaube da warte ich mal mit dem Aufbauen und gucke wie ich das Problem löse weil hier brauche ich Salz und ich habe keine Ahnung wie ich hier an die an der Karte an Salz komme ja muss ich mir was anderes überlegen vielleicht finde ich noch irgendwo eine Happy-Zit-Produktion und dann bauen wir die beim nächsten Mal auf würde ich sagen ja ne komm wir gehen mal zum Parkplatz wo da wird jemand blockiert äh was ist deine Mission gewesen? äh äh der hat es vorgewendet fertig so wie es aussieht so ich schätze mal da sind die gefahren das heißt wir müssen da hoch fahren hier sieht mir es erledigt aus das heißt ne da ist Stopp dann geht das dasните da ist es auch noch nicht gefahren Oder auch noch nicht, aber es ist vorgewöhnlich gemacht. Bin nicht überfragt, ich setze ihn jetzt seit hier an. Mal gucken mal, was passiert. Ja, ich bin an der falschen Seite, Entschuldigung. Mein Fehler. So, rum müssen wir natürlich fahren. Und Abfahrt. Ja, jetzt sieht es gut aus. Ja, ich würde sagen, das Video ist schon wieder vorbei. Wir haben unsere 20 Minuten hinter uns. Ich werde mal schauen, ob ich irgendwas schönes finde. Zwecks Düngemittelproduktion. Äh, Düngemittelproduktion. Quatsch. Düngemittelproduktion. Und dann sehen wir uns dann, wenn ihr Bock habt, morgen wieder. Ja. Der soll seine Arbeit tun hier. Ich steige jetzt aus. So. Als nächstes mache ich mich mal wieder grande. So. Und jetzt bitte ich die Regie, dass sie mal den Soundback macht. Ah. Sehr schön. Vielen Dank. Und dann muss ich natürlich noch hier in die richtige Position. Und dann war es das für heute mit der Kalmsten. Ich hoffe. Ne. Ich bedanke mich bei euch. Ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Wenn ja, dann schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle. Gleiche Stelle. Und natürlich gilt wie immer. Ein Däumchen wäre ein Däumchen. Ich sag dann schon mal Tschüss. Arrivederci und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Euer Obi. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig mit dem Schlussakkord in Mond. Wir sagen Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwa Schaubus rein. Und halten die Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei. Die Schaubus rein. Dann gehen auf Wiedersehen.